Ah, wow, wirklich, schon wieder eine Intervention? Wir müssen reden. Leute, ich komm klar. Tyler, wir haben uns deine Ausgaben angesehen. Ihr habt was? Deine Kaufbelege liegen überall offen in der WG rum. Okay, Sherlock, und was habt ihr rausgefunden? Du hast diesen Monat 2300 Euro bei Dates ausgegeben. Na und? Und 1300 Euro für neue Klamotten. Wenn du so weitermachst, ist das dein finanzieller Ruin. Ihr habt ja recht. Und es sind 1345 Euro für Klamotten. Woher weißt du das so genau? Durch den Finanzplaner in meinem Online-Banking. Oh mein Gott. Benutzt den Finanzplaner und schafft trotzdem nicht den Absprung. Brauchen ein härteres Mittel. Bitte nicht. Ein Termin beim Sparkassenberater.